Guten Morgen, liebe Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 22. Dezember. Ich grüße Sie an dieser Stelle, hoffe, Sie hatten einen guten Wochenauftakt und wir wollen jetzt mal wieder auf den Markt schauen, der sich aus ozeanischer Sicht schon sehr, sehr bullisch wieder zeigt. Wir sehen den Aussie und den Kiwi hier stark in Norden orientiert, ganz klar die Gewinner des heutigen Tages, aber ich will gar nicht auf diese Paare eingehen. Wie getitelt wollen wir heute dem Euro gegenüber dem britischen Fund nochmal den Vorrang geben. Diesen hatten wir bereits vor sieben Tagen beim Devisenradar im Visier und wir sehen hier die Einschätzung von damals, hier innerhalb dieses leichten Aufwärtstrendkanals, hier durchaus eine weitere Performance-Chance zu sehen und das wollen wir jetzt nochmal näher beleuchten. Erstmal hier der laufende Handelsmonat. Die Marke von 0,70 oft thematisiert, viel besprochen und erneut zu Beginn des Handelsmonats punktuell nahezu verteidigt. Wir sehen es hier am 30.11. bzw. hier Mitte, Ende November haben wir uns sozusagen unter dieses Niveau nochmal zurückgearbeitet. Hier gab es im Tagesschart so eine Art, ja, bullischen Keil, vorsichtig ausgedrückt. Dann schob sich der Preis leicht raus, aber ohne noch wirklich nachhaltigem Momentum. Aber oberhalb der Marke von 0,70 hauchte hier schon ein Stück weit bullisches Momentum in den Markt. Und ja, schwuppdiwupp, hier war dann die EZB auch am 3.12. zugegen, führte es dann hier zu einer starken Aufwertung. Und jetzt machen wir das Bild direkt mal groß. Wir hatten dann hier das Währungspaar in diesem 1. Widerstandsbereich relativ zügig gesehen, 0,72.10 etwa. Dann erfolgt hier die Stabilisierung und seither, und das hier die Einschätzung vom 15.12. eben, leichte Rücksetzer vielleicht wieder in Richtung, oder annehmbare Rücksetzer in Richtung 0,72, 10, 0,72, 20, dann eben aufwärts. Und genau das hat er getan und wir sind jetzt hier am nächsten Widerstandsbereich angekommen, 0,73, 45 rund. Genau dieser Bereich lässt sich hier sehr schön herleiten, aufgrund dieser Price Action hier vom September-Oktober. Und diese Zone sollte augenblicklich eigentlich für eine kleine Beruhigung sorgen. Wir haben heute 10.30 Uhr nochmal Daten aus UK und dann 14.30 Uhr kommen dann hier insbesondere US-Daten. Aber viel mehr ist jetzt hier eigentlich nicht zu erwarten. Wir sind ohnehin im Auslaufen des Dezember-Jahreswechsel. Also die Volatilität wird schon eher weniger als mehr und insbesondere das Volumen, auch am FX-Markt sicherlich. Von daher muss man hier auch eine gewisse Zurückhaltung fahren. Auf aktuellem Niveau, rein technisch, können Spikes in Richtung 0,73, 70 nicht ausgeschlossen werden. Aber hier von diesem Niveau ausgehend wäre es durchaus denkbar, und da mache ich den Tendenzfall von zuletzt mal ein Stück weit weg, wäre es durchaus denkbar, dass wir uns hier nochmal ein Stück weit nach unten begeben, um hier dann im Bereich 0,72, 80, 0,72, 70 hier dann unter Umständen nochmal eine Erholung zu erfahren. So, um dann praktisch dieses Widerstandslevel auf die letzten Tage im Dezember zu durchbrechen. Das wird mal spannend sein. Rein saisonal sieht es eher so aus, als hätte der Preis hier direkte Ambitionen, bis Ende des Monats nach oben anzuziehen. Also müsste dann Ergo so ausschauen. Das wäre hier praktisch die saisonale Fahrkarte. Ich hole Ihnen das gleich nochmal rein, das Bild. Also hier direkt anziehende Preise. Und ja, diese Möglichkeit besteht, sofern wir uns über 0,73, 50 Schrägstrich über diese obere Trendlinie hier 0,73, 70 rausarbeiten. Dann sind gute 80 bis 100 Pips nach oben nochmal drin, um dann praktisch hier auch die Hochs vom Oktober anzusteuern. Dann jedoch zum Auslaufen des Jahres wird es hier rein saisonal ein Stück weit dünner. Sie sehen der Preis dann hier eher mit nachgebenden Tendenzen. Aber charttechnisch sind wir hier auf jeden Fall in einer Aufwärtsbewegung. Der Preis, wie gesagt, oberhalb von 0,72, 70 Bullish zu sehen. Hier aktuell verschnaufen möglich, aber natürlich kann der Preis auch direkt rausziehen. Rein technisch gibt es hier das Potenzial definitiv 0,74, 35, 0,74, 50. Diese Zone eben. Und da haben wir hier auch definitiv einen starken Widerstand liegen. Dass der Preis darüber jetzt rausziehen kann, ist aktuell nicht vorstellbar. Insofern ein Stück weit Ruhe bewahren. Das sollte man dann erst hier Mitte Januar nochmal einschätzen, was hier an diesem Level passiert. Aber hier haben wir definitiv einen Widerstandskluster. Rein bärisch wäre es richtigerweise feststellbar, wenn wir hier unter 0,72, 20, 0,72, 10 wieder zurückfallen. Also erst dann wäre wirklich hier der bärische Zug sozusagen wieder aktiviert. Deswegen auch hier das schaubildliche Stop-Level. Also alles bis dahin wäre, auch wenn die Trendlinie gespiked wird, nach unten nicht unbedingt dramatisch. Der Markt könnte sich dann hier nach wie vor fangen. Aber das Setup ist halt kurzfristig weiter Bullish. Rücksetzer würden also hier eher einladen, um dann letztlich hier die Marke von 0,74, 50 roundabout zu attackieren. Heute selbst der Tag, der Dienstag als solcher, hier mit 46 Prozent, liegt am übergeordneten Abwärtstrend. Ohnehin die Masse der Tage schwach. Donnerstag hier ist interessant mit 50 Prozent der beste Tag für das Währungspaar. Morgen allerdings hier nochmal ein Tiefschlag, 36 Prozent positiver Schlusspreise. Nur, das ist nicht viel. Also hier von den Wochentagen kriegen wir nicht wirklich einen positiven Bias. Was wir ansonsten noch haben, ist hier ein relativ hoher ADX, der uns hier auch im Vorex-Bull nochmal signalisiert, dass wir hier relativ hot sind. Also hier sehen wir, sagen wir es auch Anfang November, in diesem Abwärts-Move. Praktisch hier wurde dann schon das nahe Ende der Abwärtsbewegung kurzfristiger Natur eingeleitet. Und wie gesagt, wenn der ADX hier Werte über 60 erfährt, dann kann es hier unter Umständen immer zu einer temporären Gegenbewegung oder zumindest zu einer direkten Trendwende auch kommen. Hier wie gesagt ein Stück weit unscharf, relativ heiß gelaufen hier alles, aber der Preis, der strebt noch weiter nach oben. Interessant dazu vielleicht ganz kurz der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Da haben wir Werte über 90. Das ist wirklich nicht die Regel, sondern eher ganz klar die Ausnahme. Wir schauen uns das mal kurz an. Sehen Sie das hier, der ADX, der knallt hier schon ans obere Limmel dran. So hoch waren wir nicht. Sie sehen auch den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Der hat hier einen Höhenflug. Den hatten wir auch gestern schon im Radar. Sehr, sehr interessant, das Währungspaar auch mal hier im Auge behalten. Aber der ADX, der hat schon hier wirklich Extremwerte erreicht. Ansonsten Euro-Britisch-Fund hier. Fuzi-Logik sagt hier 70-prozentige Korrekturwahrscheinlichkeit heute mit minus 0,3 Prozent, aber nur 10 Erscheinungen in den vergangenen 16 Jahren. Das ist eindeutig zu wenig, um das hier praktisch statistisch als relevant einzuschätzen. Insofern mal abwarten. Dennoch, Chart erlaubt hier ein Stück weit Rücksetzer. Nach oben raus ist auch Potenzial generell das Bild weiter bullisch. Schauen wir kurz in den Stunden-Chart. Da sehen wir hier nach diesem Seitwärtsgeschiebe während der letzten Tage, dass wir gestern dann einen schönen Impuls gesehen haben. Jetzt schieben wir uns wieder mehr oder weniger seitwärts. Und da komme ich auch am besten gleich mal zu dem 15-Minuten-Chart. Da sehen wir, dass wir hier inmitten dieser Asia-Range noch verweilen. Aktuell erst 17 Pips gelaufen. Ja, 54 Pips der Durchschnitt. Ergo, hier ist grundsätzlich gesehen noch Luft an Bewegung. Aber wir haben eben hier die auslaufende Dezember-Phase. Und insofern muss man hier wirklich sehen, ob man sich hier aggressiv engagiert. Rein technisch wäre ein Ausbruch aus der Asia-Range. Das will ich auch mal versinnbildlichen mit dem Rainbow. Hier, Sie sehen das positive Momentum, natürlich wenig überraschend. Ja, aber wenn wir hier aus der Asia-Range ausbrechen nach oben, dann hat das hier natürlich den Charakter, dass der Markt dann hier weiteres Potenzial aufweist. Und rein technisch wäre hier sogar Luft bis 0,73, 70, 0,73, 75. Und das erlaubt uns, wenn wir uns hier nochmal an den Tagesschart erinnern, eben hier einen Touch an diese obere Trendlinie. Ob es so kommt, werden wir sehen. Letztlich spannende Situation für alle, die den Euro gegenüber dem britischen Fund im Auge behalten. Hier oben, wie gesagt, bei 0,74, 50 wird es dann auch auf Monatsbasis. Sehr, sehr interessant. 0,74, 50, ob der Preis sich hier oben rausschieben kann. Wenn das geschieht, hätten wir hier einen langfristigen Abwärtstrend gebrochen. Dann dürfte es hier in Richtung mittleres Bollinger Band gehen. Wollen doch mal sehen, was passiert. Hängt natürlich nicht nur an dem Euro, sondern auch am britischen Fund. Und das britische Fund selber zerteilt ja wirklich in einer gewissen Schieflage. So dann, liebe Zuschauer, sage ich erst mal Danke für sein Schalten. Wünsche Ihnen jetzt noch einen Resthandelstag mit Erfolg. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder zum nächsten Radar. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Bis dahin, beste Grüße, ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Vielen Dank.